Am 17. September ist es endlich wieder soweit und lass dir diese Chance nicht entgehen. Es startet die Ausbildung Mediale Energetik wieder bei mir. Nach zwei Jahren Covid-Pause habe ich endlich wieder die Möglichkeit, dich ein ganzes Jahr lang persönlich zu begleiten, dir Techniken zu lernen, Einsichten weiterzugeben und wirklich das wirksame Arbeitssystem der medialen Energetik zu vermitteln, so dass du für dich selber und auch für andere dieses Wissen weitergeben kannst, beziehungsweise auch anwenden kannst. Und ich denke ja gerade in Krisenzeiten, wo jeder sagt, oh Gott, was soll ich denn tun? Wie soll ich mich denn orientieren? Was ist denn sicher in diesen Zeiten? Setze ich grundsätzlich auf Weiterbildung. Ich setze auf mich, ich schaue, dass ich etwas lerne, dass ich neue Skills erwerbe, die ich dann später wieder anwenden kann. Und dieses Wissen, diese Erfahrungen, diese Eindrücke, die bleiben mir. Das ist mein inneres Kapital. Und gerade wenn es so eine für mich wundervolle Ausbildung ist, wie die Ausbildung zur medialen Energetik, die vom Aura sehen, der Chakrenarbeit, der Arbeit mit dem inneren Kind, Rückführungen, Erkennen von Fremdenergien, Lösen von Besetzungen, wirklich ganz tief in alle Ebenen der Energiearbeit eintaucht, wo ich wirklich meine über 25-jährige Erfahrung mit einfließen lassen konnte. Und auch eine Ausbildung, die sich ganz dynamisch an die Gruppe angleichen kann, weil ich ja nur in Kleinstgruppen arbeite. Das heißt, maximal zehn Plätze und dann war es das. Also mehr als zehn Leute nehme ich nicht für so einen Kurs. Und da kann man ganz gut mit der Gruppe arbeiten, miteinander arbeiten und auch eben tiefe Einblicke erhalten. Also wenn es dich interessiert, alle Termine findest du auf meiner Homepage www.rni.com. Ausbildung mediale Energetik startet am 17. September. Sei dabei und ich freue mich auf dich. Ausbildung mediale Energetik startet am 17. September. Ausbildung mediale Energetik startet am 17. September. Ausbildung mediale Energetik startet am 18. 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 September. Untertitelung des ZDF, 2020